Wir haben eins. Ah, ich bin weg. Schön, dass ich das eingeschaltet habe zur Hand Showdown. Würde mit dir keine anderen Wand machen. Hier will ja keiner irgendwas machen. Wenn ich hier nichts Wand mache, dann macht ja keiner was. So. Tagune und Brüde sind dabei. Hallo. Hey Schwester. Was ist das denn? Kann man mich überhaupt sehen? Ich kann mich ja gar nicht sehen. Toll. Hab ich doch gerade gesagt, dass du dich nicht sehen kannst, du Pfosten. Ich denke, da könnten welche kommen. Das ist ja schön, dass die Sparks haben, so viel Schuss oder da kommt ein Wasservieh. Kommt ein Wasservieh geflogen. Oh oh. Oh oh. Hm, hm. Ich komme mir gerade vor wie in diesem Battlefield-Intro. Ich laufe irgendwo lang und dann werden die Leute vor mir alle erschossen. Irgendwie, das ist schon ein, etwas länger her. Ich laufe lang und die Flieger werden vor mir erschossen. Ja. Ja, so richtig. So. Jetzt muss er doch. Oh. Ja, Blendshirt. Ich laufe. Du wüchst dich da. Äh, boah. Warum rennt der Zombie? War immer so panisch hinunter. War gerade komisch. Wir haben gerade nach rechts gerannt, hat nach jemandem gesucht und ist wieder zurückgegangen. Oh. Was denn? Hör mal, hör mal, hör mal. Da irgendwo? Oder da? Da ist, boah, normalerweise welche. Irgendwie hörte sich ja gerade an, als wenn ein Zombie aktiv. Die Skins sehen schon cool aus. Das muss man ganz kurz hier ein bisschen dunkler machen. Doch. Jetzt. Jetzt. Oh. Jetzt war Hinweise. Gehen Veto? Da war's. Oh. Überall. Überall. Hammer. Du bist Hammer. Nein, du bist Hammer. In deinem Outfit. Oder so. Genau so bei dem Sex. In deinem Outfit oder so. Oder gar nicht. Böder? Ja? Soll ich kommen? Hey. Ich hab grad die Information bekommen, dass deine geteilten Spiele wieder zur Verfügung stehen. Oh, so cool. Ich hab grad ein bisschen gewundert. Spiel doch mit. Bei mir stand gerade, dass du das Spiel gestartet hast. Ah. Steam war down. Das war's. Morty. Super Morty. Du teilst dir mit Morty das Intro? Aha. Jingle. Das ist ne Ehre. Du bist voll der Ehre im Bruder. Ehre im Bruder. Voll die Gönnung. Hier wird nichts anderes sein. Alles andere wäre auch schon ganz schön belastend. Hey Schwester. Hey Schwester. Hey Schwester. Der Boss ist bei uns, ne? Hey, wie geil ist das denn? Hey, der Boss, Mann. Okay, Böder ist müde. Hey Schwester, willst du dich mit mir anlegen? Ach nee, du bist nicht die Schwester. Du bist nicht die Schwester. Ja, wie bist du denn dann? Ja, wie bist du denn dann? Super Schwester. Ja, na, 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 na. Hier ist der Signalfalle draußen. Gut. Was soll ich zumachen? Mit Stacheldraht? Boah, schwer bei dem Ding hier. Denken wir zu viele Eingänge. Mach einfach irgendwo dich und dann sag, wo du das gemacht hast. Leider nur einen Hammer hier gefunden. Wer wird sauer? Komm mal kurz raus. Vorne können die halt auch noch... Wow. Vorne können die halt auch noch reinkommen. Ich krieg ja da vorne immer noch so ein Fenster. Und der ist immer noch sauer. Der hat immer noch gute Laune. Oh, hier ist ein Bärenfalle. Lies doch mal irgendwo Heilung. Vorsicht, drei. Geh mal weg da. Geh mal weg da. Vorsicht, drei. Willst du mich verarschen? Ich hab doch gesagt, geh mal weg da. Geh das Ding hier oben durch. Was ist da los? Ist da einer? Ach, ein Zombie. Oh nein. Aber warum hast du denn da und hier ist nichts wert? Doch. Warte. Hier ist einer. Ich hab den, glaube ich. Ich weiß es nicht. Leise. Ich hab den, glaube ich, den Feuer heilen. Danke. Oh Gott. Ich muss runter. Weiß ich, hab ich den einen erwischt, die? Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß auch nicht, ob ich einen erwischt hatte. Oh. Oh. Die können auch die Treppe von oben runterkommen, ne? Die können von außen in den Leiter hochklettern. Oh, da ist einer da gelaufen. Oh, scheiße. Wer kommt hier rein? Hab ich? Ich hab dir. Ja, hab ich auch angehütet. Ich muss runter. 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 Was passiert da oben gerade? Vorsicht. Ich kann von der anderen Seite kommen. Weg, weg, weg. Ist der Stachel dran weg? Ja, ja. Geh mal, geh mal. Wohin? Ich hab keine Ahnung. Ich bin oben. Ich bin oben. Ich bin oben. Ich denke dann, einer liegt tot beim Boss drin. Und die können von oben kommen. Nee, ich glaube, das sind noch mehr jetzt. Ich denke dann, die können auch aus dem Bossraum kommen. Da ist ein Fenster drin. Da steht ein Zom. Nee, hab ich. Sehr gut. Wo war der? Im Eingang. Verlichter jetzt. Wenn wir draußen rennen, glaube ich, nehmen wir eine rum. Ja, aber mir hört... Draußen rennen wir eine rum. Ich hör den nur. Da war ich. Ich hab auf ein Lücken-Ding geschossen. Lückenfass. Ja, scheiße, was? Von wo? Von wo? Der muss irgendwo links oder von hinter mir gewesen sein. Der hat ne Schotti, also pass auf. Der kann nicht von hinten dann sein. Entfernung von der Schotti? Äh. Fünf Meter. Welche ist das? Also genauso... Äh, Romero, dieser Abgepittene. Scheiße. Die Kleine. Also echt genauso weit... Er ist genauso weit entfernt, wie ihr... Wie ihr von mir entfernt seid. Da war einer. Von unten, von unten. Der kommt von unten hoch. Der ist unten drin. Ich hab ein paar Mal getroffen. Ich muss nach oben. Nein. Nein. Eigentlich bin ich auf die Treppe drauf, weil wenn einer an die Treppe hochkommt, könnte ich dir halt sagen. Oh, ich sehe den. Der ist vorne am Eingang, schlechter rum. Unten, ähm, an den Haupttüren. Der vordere Eingang auf Kopf. Ich seh den gena... Ich seh den genau. Der läuft immer weiter zu mir. Oder der ist... Ja, jetzt läuft der zurück. Der hängt genau in den Rahmen. Der geht raus. Und wieder zurück. Der wartet da. Okay, er holt seinen auch wieder. Danke, ja. Ich hab nur noch 50 HP. Ich weiß ja nicht, wo die anderen liegen. Ja, der eine liegt bei ihnen drin. Wie kam denn die Treppe nach unten runter? Der ist da reingegangen. Nein. Unten, Ausgang. Also ich hab keine Sicht mehr auf den Typen. Okay. Kein Ding. Hast du nix zu werfen oder so? Ja, auf was soll ich denn zum werfen? Ja, die waren unten im Durchgang. Da hätte man was reinwerfen können zum Beispiel. Ich hab was im Werfen. Der hat sie halt unten in der Treppe wieder geholt. Ich würde es nicht blind im Ort hinwerfen. Ich weiß ja nicht, wo die sind. Ja, hier ist es auch zu spät. Aber der war direkt dann unten im... Der hat ihn halt in der Treppe wieder ruhig geholt. Warte, stopp, ruhig. Ruhig, ruhig, dich geholt. Wir sind unten rum. Auf welcher? Ja, hier ist ein sevihes. Und um. Haha, Huh. Ich hatte nichts mehrić. Ja, hier ist ein... Huch. Huch. Ich hatte einen Daumen. Ich hatte einen Daumen. Und dann wieder. da ist da höre ich stimme schritte hab einen gut getroffen weil du kannst ihn durch den Boden auch manchmal sehen so dicht ist der Boden nicht du musst dich grad hochhalten hab ihn pass auf, können alle drei schon wieder leben ja, da unten läuft noch irgendwo rum ich hab grad noch jemand reinhallen gehört notfalls facke den mal ab kann ich nicht ich sehe ihn nur durch Holzspalte ich hab einfach nur durch den Holzboden geschossen ne, ich glaub, ne, ich glaub, er wird wieder gut, oder nicht sehr gut okay den fackelt ab fackelt ihn jetzt ab der eine ist zurückgerannt einer ist da noch, vorsicht ab ihn ich wollte grad seinen Kollegen holen ja, unten liegen, paar rum ich wollte grad seinen Kollegen holen jetzt soll mal durch den Boden gucken okay, der ist immer noch da mit seiner Schottie wo ist denn Treppe, oder? unten Treppe, unten Treppe ja, 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 das ist gut scheiße scheiße ich weiß nicht, ob ich den hier vernünftig durchsehen kann leise ich weiß nicht, ob er da draußen ist ja 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 da muss ich ja nicht großartig zeigen mein Knie ist im Weg ich kann leider auch nichts mehr sagen der ist nicht da auf der Treppe will ich jetzt mal behaupten kann auf jeden Fall rausgucken hab ich mich erschrocken scheiß mit 50 AP sieben einfach für eine spannende Runde leider auch anders ausgegangen, als ich gedacht habe ja ja, dann danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal zu Hunt Showdown tschüss 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 tschüss